so hallo leute willkommen heute zu einem neuen video und zwar tue ich auch hier auf meinem zweiten kanal mal ein kleines relive video machen wie ich mit der wilma gassi gehe und ja ok ja die wilma ist der hund von der michelle also nicht von mir also von meiner freundin für die leute die es noch nicht wissen aber ich denke die meisten sollten das schon wissen auf jeden fall gehe ich halt das erste mal überhaupt mit einem hund gassi und ist ziemlich anstrengend mit ihr eigentlich so die zieht halt ganz schön ich glaube die geht eher mit mir gassi ja was soll ich sagen also michelle ist in der schule und ich warte halt bis sie wieder da ist und dann gehe ich halt mit hund gassi ja genau genau sieht es aus weiß eigentlich gar nicht was in die video labern wollte er sollte ich wollte eigentlich über irgendwas reden aber ja es ist ein spontan aufgenommen und habe mir da echt nichts überlegt ja ich glaube ich filme einfach mal sie und ja steckt mal das wird zu 99 prozent der content sein und dieses ding halten also die leine also es ist ja an ihren beinen da so dran vorne was jetzt irgendwie so im boden gewälzt dass das ding einfach ab ging und ich hatte einfach keinen plan wie das dran geht ne so gott sagen ist es halt ziemlich zahmer hund sagen wir es mal so dass man halt die foten anfassen konnte und das dann wieder rein fädeln konnte ja genau so wie will man kommt jetzt auf youtube michelle dein hund wird jetzt berühmt also nicht wunder wenn irgendwelche leute vor der haustür stehen und die mal sehen wollen ich weiß halt nicht mal wo sie hin will irgendwas irgendwas kauen er ich glaube die darf das nicht essen sollte auf jeden fall aufpassen was sie ist das soll es nicht essen oder komm 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 ich weiß nicht sie sollten sie ist halt alles und jetzt lass den tannenzapfen los nein lass ihn lass ihn ja genau ich weiß echt nicht ich muss halt aufpassen das ist auch schon eine verantwortung bei ihr weil sie ist halt alles und soweit ich weiß mir wurde zwar nichts gesagt aber so wie ich es mitbekommen habe soll sie nicht alles essen hier kann man sitzen machen wir das mal ich würde sehr frei rumlaufen lassen aber ich habe keine ahnung ob sie dann abhaut und außerdem ist es hier verboten so genau ja alles klar also ja man sieht halt hier nicht schwer außer ich auf dem spielplatz bin aber es noch keine kinder das würde ich da auch nicht hingehen ja was soll ich sagen wenn ihr bock habt könnte ich kann ich öfter so ein video bringt weiß nicht wann das hochkommt ich glaube einfach mal morgen schreibt mir mal 10 in die kommentare wo ich dann nehmen kann ja doch ins video nehmen kann und ansonsten würde ich sagen war es auch schon von videos haben wir vier minuten die ja nicht ganz ohne reden und so weiter haben und da kommen auch schon leute deswegen sagt tschüss okay tschau leute